Hi Freunde, herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead, wie immer Season 1, Episode 1, Folge 4. Wir sind im Büro angekommen und naja, im Prinzip ist es nichts leichtes für Lee hier in diesem Raum zu sein, denn in diesem Raum sind seine Eltern gestorben. Das ist doch der Beweis, dass er hier gearbeitet hat, sein Bruder. Ach, er reißt das... Direkt. Ein Foto der Familie, der das hier gehörte. Ach. Ach. Nein, ich war nein. Ach, echt? Ich nicht. Danke, einfach mal danke. Also ich bin ja auch nicht unbedingt so ein Fan von den Reportern und ich habe glaube ich vergessen... Ja, ich habe das erste Mal meinen Timer einzustellen. Äh, hinter Gasse. Was haben wir hier? Nicht wirklich was. Blutige Bettzeug. Ich bin ja auch hier, ich hoffe, zu überleben. Aber es sieht aus, wie einer von ihnen gehört wurde. Ich wundere, ob mein Vater war. Ich versuche, ein Heroin vielleicht. Oder zumindest einen Protektor. Ich bin ja auch hier raus. Ich glaube, darüber sollte man sich, glaube ich, kein... Keine Gedanken machen. Ich denke mal, dass... ... keiner einen ganz schön verrückt werden lassen. Wenn man sich so Szenarien ausmalt, was hier passiert sein könnte. Ich denke mal, dass es... ... äh... ... schwer. Ja, Silvekasten können wir nicht mitnehmen. Hier ist doch die Glam. Eine Palette. Äh, ein Stock. Gehstock. Kendo Stick. Was weiß ich. Ah, Rückstock. Das war mein Vater. Er zippte hier von Zeit nach Zeit. War er krank? Nein, er war okay. Ich sah ihn tatsächlich mit dem... ... und er sah ihn mit dem... ... und er hat sich beschädigt. Und er wusste, wie er es aussieht. Wie du, was du hatten. Mein Vater gab es mir. Siehst du, Vater ist so smart. Mhm. Aber wir reden natürlich mit der guten Clementine gleich noch. Aber natürlich wollen wir erstmal hier... ... jetzt gucken. Reiptisch. Na klar. Deine Hilfe ist immer willkommen, Clem. Du brauchst nichts, oder? Oder brauchst du nichts, oder? Oder brauchst du nichts, oder? Nein. Nein. Ich bin viel Hunger. Okay, gut zu wissen. Und... ... du hast keine Allergien, oder was ich weiß, oder? Keine Kinder haben... ... Allergien, oder Asthma... ... oder nur... ... generelle Maladien. Mein Freund Alfred hat eine Peanutallergie. Aber du bist cool? Ich denke so. Ich finde das echt süß. Okay. Hier geht's. Es ist wirklich so... ... so ein... ... so ein unschuldiges Ding. Äh, ich... Magst du sowas? Nein. Gerade in solcher Welt braucht man sowas. Äh, reden wir nicht darüber. Treibst du Sport? Ich spiele Sport. Ich spiele Sport. Aber ich mag es nicht wirklich. Ich bin auch nicht verrückt. Okay, ein bisschen weiter. All right. Ein bisschen weiter. Ich würde sie nicht schuldigen. Warum? Habt ihr kämpft? Ich kämpfe manchmal mit meiner Mutter. Wir... ... nicht kämpft. Wir... ... einfach nicht gesprochen haben. Schau, meine Familie ist weg. Und ich wünschte, dass Dinge anders gewesen wären. Ja. Ich... ... ich... ... in eine Kampf. Und was hat sich passiert? Und es endete wirklich schlecht. Und... ... und... ... nachdem... ... war ich nicht mit meiner Familie zu sprechen. Das ist so schade. Lass uns das Ding nehmen. Weil ich... Bei sowas weiß... Bei sowas... Hm. Ah. Hast du den Hilfekasten? Ein bisschen. Hammer gleich. Hammer gleich. Äh... Wo war er? Da ist der Erste Hilfekasten. Also. Nein, nicht Schublade, sondern Klemme teilen. Nein, klar. Einfach mal schönes Pflaster drüber. Und... ... wie neu. Wunderbar. Schlimmeteil. Alles gut. Ich bin nicht schon, wo du mir Sorgen machen musst. Lee? Ja? Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen und ich nicht da bin? Sie werden uns finden. Wir... ... trafen uns. Nichts Wurden. Ja. Okay. Wir sollten einen Blick auf. Ich habe meinen Walkie-Talkie, in case sie das versuchen. Bleib bei mir bis dann. Okay? Okay. Das ist wirklich so die kleine Entscheidung. Kein Plan mehr. Aber so die Big-Entscheidung, die große Entscheidung. Äh... Das weiß ich dann doch. Wie du zum... Ah, viel Finger an und Batterie oder so. Wie geht's dein Finger? Es ist okay. Danke, dass du es fixierst. Gern dir immer gerne. Hast du von Glenn gehört? Glaubst du von Glenn? Nicht in ein bisschen Zeit. Und ähm... Glaubst du, alle sind okay? Ja. Well, vielleicht nicht der verrückte Typ. Ja. Wir halten uns auf ihn. Und da war das Ding im Bett. Du hast versucht, mich zu holen. Ich weiß. Aber du hast es stoppt. Ja. Ich habe es gemacht. Kannst du das mehr machen? Ja, natürlich. Ich meine... Geh die gefährliche Worte. Ich werde versuchen. Gut. Wenn alles dafür tun, Clementine, damit du in Sicherheit bist. Ich werde weiter schauen. Okay. Okay. Ich werde zur Apotheke. Achso. Ja. Stimmt. Ach, das Fernsehergerät. Fernsehergerät. Der Fernseher. Ja. Alles tot. Alles tot. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht weiter angucken. Wollen wir zurück in die Drogenstelle mit mir? Okay. Lee? Ja? Ja? Du bist nicht schlecht, oder? Ich... Warum hast du mich das gefragt? Nein. Die Frau sagte, du hast jemanden töten. War das denn, weil er eine der Dinge versucht, dich zu essen? Nein. Nein. Er war nicht. Oh. War er schlecht? Er war. Ich meine, das ist wirklich schon interessant. Gute Leute können einfach aus dem falschen Impuls was Böses machen. Und dann wird man für den Rest des Lebens abgestempelt, böse zu sein. Aber die reden wir gleich mit allen dreien. Du hast wirklich den alten Mann den Held. Ja. Wir haben gebeten, du weißt? Du musst mir nicht sagen, ich war bereit, um den Manns Kopf auszuprobieren. Insofern. Wir, Kat und ich, wir haben deinen Unterstützung. Danke, Lee. Ja. Bitte. Wie geht's Duck? Er ist okay. Es war nur ein Schock. Wir sind glücklich als hell, dass niemand auf dem Weg in den Weg kam. Keine Kunde. Wie geht's sie? Äh... Es geht ihr gut, glaub ich. Ja. Denken wir schon. Sie ist ein schwerer Mann da. Sie ist nur eine kleine Mädchen, Ken. Was sagst du, Lee? Sie hat sie Tage überleben, auf ihr eigenes Leben? Das ist richtig. Nicht nur eine kleine Mädchen kann das tun. Und, wie läuft der Plan, Kenny? Hör auf, ich denke. Sieht ziemlich gefährlich da draußen. Also, wir sollten uns warten, um Dinge zu entfernen. Du sagst, deine Familie ist von hier in Macon? Das ist richtig. Wo sind sie? Wollen wir sie suchen? Nein. Es war ihr Laden. Wir sind zu ehrlich. Sie, äh... haben dieses Ort. Sie, äh... haben einige Körper aus dem Offiz. Aber bevor wir hier sind... sind... weg. Oh, weine. Katz. Sie waren gute Leute. Ich war nicht viel mit dabei, aber... ja. Sie sind tot. 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 Wie geht es dir, Doc? Wir haben alle viel durchgeführt. Lee, hast du eine Sekunde? Sicher. Ja. Noch gebissen? Ja. Achso. Ich bin panisch. Ich bin nicht stolz davon. Du hast den Jungen gestern. Wir sind mal böse. Wir sind mal böse. Wir sind mal böse. Ich weiß. Was hätte es getan? Du bist frei, Dirk. Du hast deinen Kopf gescheitert. Und wir bekommen den Traktor aus. Das ist, was ich immer denke. Ich immer sehe, dass ich sein Gesicht sehe. Geschimpft? Geschimpft? Du solltest. Wir müssen uns auf einen anderen betonen. Ich habe jetzt gerade nur geschimpft. Ich weiß nicht, ob die andere Optionen gerade einfach noch nicht angezeigt wurden. Oder... Hey, da. Das ist Glenn. Und, äh... Ich bin... Ich bin... Kleine Frau. Wenn du da bist, kannst du deinen Vater auf den Telefon? Oder auf den Taki oder was auch. Das ist Lee. Was ist denn? Also... Ich bin auf dem Motorhof. Und... Ich bin... Stuck. Stuck? Ja. Ich habe... Ich habe eine Chance für die Gruppe für die Gruppe. Und ein paar der Romanen haben mich geholfen. Ich gehe hier. Aber sie gehen nicht. Was ist denn? Glenn ist auf dem Motorhof. Hey, Glenn. Wir werden uns überlegen und einen Gruppe senden, um dich zu holen. Okay? Awesome. Ich sitze bis dann. Klingt gut. Haltet euch, Glenn. Ich bin schon unterwegs. Ja. Was denkst du? Ich denke, Doug ist nicht groß über Zombies. Und du hast eure Familie hier. Ich nehme Carly und ihr Todseye nach dem Motorhof, geh Glenn und geh zurück hier so schnell wie ich kann. Wenn das, was du willst, jemanden muss auch. Ja. Ich bin in. Gut. Es klingt nicht zu schlecht da gerade. Lass mich wissen, wie du raus willst. Ich könnte einen Jog benutzen. So, wir reden auch mit Clementine. Nochmal, wie geht's mit dem Finger? Nochmal fragen. Oh. 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 Da stand noch was mit Dad. Da stand noch was mit Dad. Ich weiß, ich bin nicht dein Dad. Aber wenn du nichts brauchst, ich bin dein Typ. Okay. Du bist mein Typ? Oh. Nein. Du weißt. Wir werden versuchen, sich um uns zu beschäftigen. Ja. Deal. Lass mich wissen, ob du nichts brauchst. Okay. So. Ähm. Was würde ich jetzt... Achso, das ist Clementine. Ich glaube, ich wollte nochmal zu den... ...Radio. Diese Batterie sollte die Radio fit sein. Great. Danke. Was soll ich mit der Fernbedienung? Für die andere Sache. Ähm. Könnt ihr die Fernbedienung geben? Aber ich bin ziemlich sicher, dass die Batterien nicht fit sein. Es braucht die großen, stumpten. Ja, diese sind nicht gut. Ja, würde ich sagen was. Boah, jetzt ist da der Sinn der Sache. Wie geht's? Was machen wir? Gut. Willst du einen Blick auf die Außen? Ich muss einen Blick auf die Außen. Wegen dem Beweis. Ach, mit ihm war... Genau. Mit ihm war irgendwas. Stimmt. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Es ist univerosal. Ich kann es progremieren, um mit diesen TV zu arbeiten. Ich hoffe, die Kraft ist immer noch auf. Wie kannst du das einfach machen? Wie kann ich das einfach machen? Und? Und? Ah. So, jetzt gehen die doch hoffentlich mal alle dahin. Und wir können dann raus. Wie geht's? Aber nicht lange, ne? Oh. Ich gucke kurz hin. Es ist denen ja scheißegal, ne? Es geht ja hier nicht um Fressen oder so. Die Dinger mögen wir ansehen. Ach, hier ein Foto. Foto. Nur ein paar Sekunden. Jupp. Es war, glaube ich, irgendwas mit diesem Ziegelstein. Ich kann es nicht erreichen. Was war denn das? Ich glaube, wir mussten erst Glenn befreien, oder? Also, was heißt hier befreien? Aus der Not helfen, oder wie auch immer. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber ich bin ja zu 98% sicher. Also, wir reden erst mal mit Carly. Lass uns losgehen. Genau, dass so eine Batterien haben wir noch. Aber ich weiß nicht wo. Ähm, du hast tapfer gesch... Was ist jetzt doch noch nicht drin? Ich bin ein Disaster. Ich kann es nicht sagen. Mein News Editor war ungefähr fünf Meter entfernt von mir. Und ich hätte sie gehört, wenn es nicht für den dörrigen Mann auf der Seite auf der Seite war. Ich bin sorry. Sie war ein Scheiß. Aber, du weißt. Ja. Der Typ hat dich gerettet? Ja. Kannst du es glauben? Ja. Ja. Und wie bist du hier gelandet? Ja. Ja. Okay, bist du bereit für da draußen? Ja. Ja. Es war ja knapp. Dies war ja knapp. Dies war noch knapp. Wo ist Glenn? wird sein da ist und mit mina eigentlich befreien es ist ein wald und ich habe in der Eismachie Glückwunsch du, jetzt gehen wir wir können sie nicht einfach weg das ist richtig, wir können ihr seid zufrieden, über eine Mädchen ich schaffe sie, mit oder ohne dich denk mal, ob es dich war gut, wir gehen und schaffe Glens damsel in distress ja Jungfrau in Nöten für keinen Speicherpunkt ok, so sieht man, da kriegt man Überblick wo diese blöden Viecher hängen ok, das ist der Plan wir wissen nicht, wie hart es wird sie aus dieser Runde ja, sie ist aufgerissen also wir müssen alle von ihnen hier schlafen nicht mehr zu tun jetzt schauen wir uns ach so, wir gehen da gleich direkt hin ah ok 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 ja ja ich glaube, man findet hier irgendwo ein Schraubenzieher, glaube ich ich gehe mal hin zu diesem zu dem Truck ich glaube, der hat auch noch ein bisschen gelebt ach so, das ist nur so gemeint ah, sah ich doch ok ok dafür den Ziegeschein vielleicht gebraucht gehabt den hat man noch ersch... 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 würde ich gerade sagen so, was können wir jetzt noch machen ach, das ist das äh... garlie also hochgehen und nach links ist quasi das gleiche ich denke, ich habe einen ziemlich verdammten Weg um diese Leute zu schlafen jetzt müssen wir es nur schlafen wir müssen es schlafen aber ich versuche es zu schlafen hm echt nicht, ich brauche mich doch erst den blöden Ziegelstein aber wir kommen doch jetzt nicht mehr zurück hm nochmal zu Ziegel, weil vielleicht lag da ja noch ein Ziegelschein rum ne nun gut, ich würde auch mal sagen, wir machen ach, können wir schon mal rüber gehen ähm ich würde trotzdem sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter ich muss dann natürlich noch mal wieder ein bisschen spielen, nehme ich mal an denn ach, wisst ihr was wir machen ein bisschen machen wir noch ach, hier liegt noch was wir müssen, wir machen wir machen noch ich überziehe ja ich überziehe was soll's wird's halt ein bisschen länger aber ich glaub, das dauert so uh, rechnen wir mal mit 5 Minuten plus, denke ich mal mindestens so Tür ist natürlich zu das ist am Anfang nicht die Tür verwenden könnte so so ein Dämpfer Dämpfer he 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 not without tools making a bunch of noise and none with pillows ok, es ist doch nicht, ich dachte man haut, er haut einen mit dem Ellbogen so gegen aber aber war dann doch nicht der Fall ok, dann doch noch mal so super das war mit Schalldämpfer so war es mit Schalldämpfer gedacht naja, war nah dran so 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 äh das ist der geht hier auch auf ja ah, was haben wir hier zündkerze zündkerze warum liegt eigentlich eine zündkerze auf dem äh auf dem Fahrersitz äh interessant ja vielleicht so schieb den wahr ah, da ist ne Axt sind wir natürlich leicht ungeschützt, fällt mir grad mal so ein das war großartig das war großartig halt guck trotzdem nur wo das Geräusch herkam, ok ist der da weg ach, mit der zündkerze warte was denn ok und, haben sie das jetzt hey ist denen auch kack egal naja, dann nehmen wir jetzt mal den was, Stanz was ist das, Stanz das ist genau was ich dachte so dann gehen wir jetzt rüber zur Ziegelwand und dann können wir den von hinten klack er dolchen so gehen wir rüber dann hacken wir den schön in den Kopf oder oder auch nicht ach, dem ist erstmal den Kopf hacken noch näher jetzt was ach ach, hast du ich müsste zielen ja, 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 ja hab ich erwischt? jaaa und dann so, dann müssen wir erstmal nur den damit wir an die Achse noch rankommen zack und jetzt gem Wagner verdammte Axt Wo ist eine Waffe hin? So, wir haben jetzt aber doch nur eine Axt. Ja, Dankeschön, dass ihr hinter mir seid. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ist doch kein Problem. Und erwischt. Und erwischt. Er hat gesagt geil? So. Ich glaube, teilweise zu wissen, was da noch passiert. Nur teilweise. Stopp, einfach stopp. Ich komme raus. Du bist verletzt. Oh Gott. Ja. Ich sagte, bleib weg. Wir müssen dir Hilfe. Es ist zu lang. Leute, sie hat gebeten. Was? Ich habe gesagt, ich sagte, geh weg. Ich bin gebeten. Aber du würdest einfach nicht weg. Let's calm down. Du kannst dich gut sein. Kein Problem. Okay, wir gehen. Ich glaube, das hatte ich nämlich nicht gemacht. Du hast eine Schnau. Also? Kann ich... ...ein Geld? Was bedeutet, Geld Geld? Gib mir das? Ich kann nur... ... du weißt, das Ende. Und dann... Und dann gibt es kein Problem. Oh, 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 oh. Bitte, ich will nicht sein von ihnen sein. Sie sind... Sie sind... ...zatantischen. Wir können nicht das machen. Wir können dir das selbst machen. Dann mach es mir. Wir müssen weitergehen. Gib es mir, bitte! Das ist verrückt. Bitte, steck zurück. Es ist nur zwei Sekunden, nur ein Bolle. Und ich kann mit meiner Familie sein und es wird mir helfen. Ja. Zurück, bitte! Obwohl, auch nicht. Woah, mach es einfach. Wir wollen nur helfen. Du kannst nicht. Frau, nur relaxe jetzt. Du musst das durchführen. Wir finden uns einen Doktor. Es wird okay. Lass uns... Nein! Nein! Ich glaube, das ist so wirklich noch mit der jetzt... Der schönste Tod, glaube ich. In so einem solchen Szenario. Ich glaube... Ich weiß nicht, das ist... Ich würde auch nicht zum Zombie werden wollen. Jetzt einfach mal gehen? Jetzt muss ich so lange mal in den Speicherpunkt kommen. Ach, ein Taxi oder so? Na bitte, na bitte. So, Freunde. Jetzt, nach fast einer halben Stunde... Wow! Übelst überzogen! Hoho! Wird nicht nochmal vorkommen, eventuell. Gut, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel. Däumchen ruhig hoch. Und bei der nächsten Folge einschalten. Bis dahin, haut rein! Macht's gut!